Servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast Go4Goals, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. In der heutigen Folge wollen wir uns über das Thema Selbstverantwortung unterhalten. Und dabei möchte ich dir meine Erkenntnisse und Learnings mitgeben, damit du in deine Kraft kommst und das auf das Spielfeld des Lebens bringst, was in dir steckt. Hast du in deinem bisherigen Leben schon für Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast, jemanden anderen dafür verantwortlich gemacht? Oder kennst du irgendwen, der jemanden kennt, der das schon einmal gemacht hat? Na, wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns alle eingestehen, dass wir das wahrscheinlich schon sehr, sehr oft getan haben. Wie wäre es für dich, wenn du nach dieser Podcast-Folge erkannt hast, dass Selbstverantwortung der ultimative Schlüssel für dein persönliches Wachstum ist? Das wäre nicht schlecht, oder? Mein Ziel ist es nämlich, dass er dir strukturiert die Schritte für persönliches Wachstum näherbringt. Selbstverantwortung stößt die Tür für persönliches Wachstum auf. Und deswegen werden wir zwei die Reise heute gemeinsam machen und tief eintauchen in dieses Thema. Wenn du in Zukunft nämlich Selbstverantwortung übernimmst, dann wirst du mit spielerischer Leichtigkeit Situationen erkennen und diese dann hoffentlich in Erfolge für dein weiteres Leben verwandeln. Bevor wir in die Tiefe gehen und uns detailliert diesem Thema widmen, möchte ich mir noch bei dir bedanken. Nämlich dazu, dass du dir heute diese Folge anhörst. Es gibt unglaublich viele Podcasts und umso dankbarer bin ich, dass genau du mir heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Das Thema Selbstverantwortung war für mich in meinem bisherigen Leben der absolute Gamechanger. Und deswegen möchte ich dir zu Beginn gleich mal eine kurze Geschichte dazu erzählen. Vor mehr als zehn Jahren, ich war quasi in der Blüte meines Lebens, zumindest war der Eindruck nach außen so. Ich war beruflich erfolgreich verheiratet, zwei Kinder, ein Haus, also kurz gesagt, führte ein klassisches Leben, ein geregeltes Leben im klassischen Sinn, so wie viele von uns. Nach außen hin habe ich eigentlich alles gehabt und trotzdem fühlte ich in mir eine unglaubliche Unzufriedenheit. Ich war mit meinem Verhalten nicht zufrieden und auch mit den Ergebnissen, die ich produziert habe, die haben mir nicht wirklich gefallen. Die Enttäuschung darüber, es nicht als Profifußballer geschafft zu haben, nagte wirklich an mir. Und wen habe ich dafür verantwortlich gemacht? Na klar, alle anderen. Meine Eltern, meine Frau, die Umstände, Verletzungspech, die Ausländerflut zur damaligen Zeit in der Bundesliga, die Manager, meine ehemaligen Trainer und so weiter. Einfach alle, nur bei mir selbst, habe ich nicht die Verantwortung gesucht. In diesem mentalen Sumpf gefangen, surfte ich an einem dieser düsteren Abente durch diverse Internetseiten. Wieder kam dieses komische Gefühl in mir hoch. Es kroch von der Magengegend in meinen Brustraum und es war kein Druckgefühl. Es war so ein unruhiges Gefühl, so eine Nervosität. Es kroch förmlich irgendwie eine Ängstlichkeit durch meinen Körper. Es war eine Angst in mir, nämlich die, dass ich mein Leben lebe, ohne wirklich gelebt zu haben. Oder besser gesagt, mein Innerstes nicht gelebt zu haben, sondern das zu leben, was andere und auch die Gesellschaft von mir erwarten. Von dieser Angst getrieben, stieß ich auf eine Anzeige eines Seminars für Persönlichkeitsentwicklung. Kurz entschlossen, buchte ich dieses einwöchige Seminar und ich habe sofort gespürt, das brauche ich jetzt. Als ich dort ankam, es war ein großer Seminarraum, die Tische waren u-förmig angeordnet, es roch so neu, alles war sehr modern und ich habe ganz hinten ganz schüchtern Platz genommen und ich habe wirklich nur gehofft, ja nicht angesprochen zu werden. Diese Hoffnung hat sich natürlich nicht erfüllt und wir haben uns natürlich alle vorstellen müssen und als ich an der Reihe war, habe ich mir wirklich vor Nervosität fast in die Hosen gemacht. Es waren da lauter erfolgreiche Leute und zumindest haben wir das Dach zu Beginn und Gedanken wie du trottelfester allein zu dem Seminar, wo du keinen kennst und jetzt wirst du auch noch aufgefordert, dass du aktiv mitarbeiten musst. Was ist, wenn die fragen, was du vom Beruf bist? Energetiker? Ja, die lachen mir sicher alle aus und sind ja lauter erfolgreiche Leute, ich will nur weg. Irgendwie habe ich es dann doch geschafft, mir vorzustellen und ich lauschte gespannt in anderen Teilnehmern. Einer der Teilnehmer hat mich gleich zu Beginn beeindruckt. Er war um circa 10 Jahre jünger als ich und war gebürtiger Bulgare. Trotz seines jugendlichen oder jungen Alters war er als Unternehmer schon sehr, sehr erfolgreich und richtig wohlhabend. Das hat mich wirklich massiv beeindruckt und das erste Thema dieses Seminars nach der Vorstellung war Selbstverantwortung. Ja, da kann mir der Vogel sicher nichts erzählen davon, dachte ich mir. Denn wenn ich etwas konnte zu dieser Zeit, dann war das Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich wirklich perfekt beherrscht, das habe ich nämlich lernen müssen. Ich habe so viele Blödheiten in meinem Leben gemacht, dass ich es wirklich lernen durfte und musste, Verantwortung zu übernehmen. Doch als wir dann wirklich in die Tiefe eintauchten, dann erst wurden mir die Augen geöffnet. Der meinte nämlich ganz, ganz was anderes. Nämlich, dass wir für alles, also für alles, alles selbstverantwortlich sind. Ich habe das irgendwie überhaupt nicht glauben können, bin komplett in den Widerstand gegangen und in einer der Pausen bin ich dann zu den Bulgaren hingegangen und habe zu ihm gesagt, was redet der Typ da eigentlich davon? Wie kann der behaupten, dass ich für Dinge verantwortlich sein soll, für die ich sicher im Leben überhaupt nichts kann? Mein bulgarischer Freund setzte ein mildes Lächeln auf, legte seine Hand auf meine rechte Schulter, zog die Augenbrauen hoch, schaute mir tief in die Augen und sagte, mein Freund, wenn du für dein bisheriges Leben nicht die Verantwortung übernehmen kannst, dann ist es besser, du fährst gleich wieder nach Hause. Mir lief es kalt über den Rücken und meine Haare, also die auf den Armen, standen zu Berge. Das war wirklich ein Schlüsselmoment in meinem Leben, denn ich lernte von diesem Moment an die Verantwortung für mein gesamtes Leben zu übernehmen. Und diese Veränderung, ja, die hat wirklich einiges in meinem Leben verändert. Du wirst jetzt sicher denken, absoluter Schatz, was der da redet. Die kann einfach nicht für alles verantwortlich sein. Und das denken auch die Fußballer meistens. Die sind nämlich auch immer, die sind auch nämlich, machen auch nämlich alles verantwortlich, wenn es nicht so läuft. Bei einer Niederlage ist der Trainer schuld, der Schiedsrichter, das Wetter, der Platz, die Zuschauer, der Gegner, der zu hart spielt, die Verteidiger, sagen zumindest die Stürmer. Die Stürmer sagen wieder die Verteidiger und der Tormann ist sowieso immer schuld. Das sind die Klassiker im Fußball. Bei einem Sieg fühlt sich natürlich, jeder selbst dafür verantwortlich, ist eh klar. Aber bei einer Niederlage, dann beginnt das Verantwortungsabschiebespiel. Ich möchte mit dir jetzt einige Beispiele durchgehen, wo es im Leben gang und gäbe ist, Verantwortung abzuschieben. Aber Achtung, absolute Triggerwarnung. Was ich dir da jetzt sage, das kann dich durchaus nerven. Du wirst vielleicht in den Widerstand gehen. Gleich vorweg, betrachte alles, was ich hier in diesem Podcast sage, wie ein großes Buffet und nimm dir einfach das vom Buffet runter, was du für dich verwenden kannst. Wenn du jetzt in den Widerstand gehst, und das bin ich auch zu Beginn, ist das durchaus in Ordnung. Ich gebe hier zum Besten, was für Menschen, die sie persönlich weiterentwickeln möchten, unabdingbar, nämlich die Verantwortung zu übernehmen. Aber gehen wir mal ein paar Beispiele, also die Klassiker des Lebens, kurz durch. Beginnen wir mit einem ganz banalen Beispiel. Du kommst zu einem Termin spät und machst dafür den dichten Verkehr verantwortlich. Ich kenne es sehr gut, habe ich immer gemacht, zu spät komme ich noch immer, aber gelegentlich zumindest, das ist schon ein bisschen besser, aber die Verantwortung übernehme ich. Denn nicht der Verkehr ist verantwortlich, sondern du bist einfach zu spät weggefahren. Du hast die Zeit nicht richtig kalkuliert. Denn stell dir mal die Frage, wärst du zu dem Termin noch zu spät gekommen, wenn du genau zu dem Zeitpunkt des Treffpunktes einen Koffer mit 100.000 Euro überreicht bekommen hättest? Nur fürs pünktlich sein? Sicher nicht, oder? Deswegen, wenn man pünktlich sein will, dann kann man pünktlich sein. Und sei das richtig einzuteilen, dafür muss man einfach die Verantwortung übernehmen. Nächstes Beispiel. Du bist zum Beispiel unzufrieden mit deiner beruflichen Situation, weil dein Chef ungut ist, du zu wenig verdienst, das Arbeitsklima schlecht ist, die Arbeitszeiten schlecht sind, du viel zu selten Homeoffice machen darfst, und so weiter und so fort. Ja, auch dafür bist du verantwortlich. Warum? Ja, wir hatten die Entscheidung getroffen, da zu arbeiten. Genau du. Und wenn du sie getroffen hast und nicht zufrieden bist, ja, dann musst du es ändern. Akzeptieren oder verändern. Das sind einfach die zwei Möglichkeiten, die man hat, aber bitte nicht zudern und nichts ändern. Partnerschaft. Partnerschaft, dein Partner ist für dich kaum auszuhalten, du machst sie oder ihn für deine Situation verantwortlich, aber warum? Ja, gleich vorweg, Beziehungen sind jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz, da habe ich schon einige Bruchladungen hingelegt, aber das Prinzip der Verantwortung ist immer dasselbe. Wer hat sich für diesen Partner entschieden? Genau, du, richtig. Und wenn einem an einem Partner was stört, dann hat es immer mit einem selbst zu tun. Wenn du auf jemanden zeigst, zeigt ein Finger auf die Person und drei Finger zeigen auf dich. Es gibt natürlich Situationen, da brauchen wir nicht reden, wenn es um Gewalt oder ähnliches geht oder die Beziehung wirklich toxisch ist. Dann gibt es nur die Möglichkeit, die Situation nicht zu akzeptieren und sich zu verändern. Aber auch das liegt in deiner Verantwortung. Meine Eltern sind daran schuld, weil ich eine schwierige Kindheit hatte. Sie haben sich nicht um mich gekümmert, sie haben mich nicht geliebt oder vielleicht noch Schlimmeres. Das ist definitiv nicht schön und macht einen auch traurig, aber eines ist gewiss, deine Eltern haben es genauso gut gemacht, wie sie in diesem Moment konnten. Mehr war einfach nicht möglich, denn auch sie hatten ihre Geschichte. Und du kannst heute frei wählen. Lässt du dich davon runterziehen oder nutzt du diese Verletzungen zu deiner Gestärke? Hast du zum Beispiel auch schon versucht, diese Thematiken aufzulösen und dich damit auseinanderzusetzen und in Frieden damit zu kommen? Tony Robbins, der Guru unter den Persönlichkeitstrainern, sagt in seiner Biografie, ich wurde in meiner Kindheit von meiner Mutter misshandelt, und es war schrecklich. Durch diese Kindheit verlieh mir mentale Muskeln und die habe ich dazu genutzt, heute das Leben zu führen, das ich mir immer gewünscht habe. Du kannst dir immer entscheiden, ob du eine Niederlage nutzt, um besser zu werden oder ob du dich von der Niederlage auf den Boden werfen lässt. Das nächste Thema ist Krankheit. Ja, was kann ich denn dafür, dass ich krank, verletzt oder ähnliches bin? Ja, hinterfrag dich mal, hast du wirklich alles getan, um deinen Körper gesund zu halten? Hast du dich sportlich betätigt? Hast du dich einigermaßen gesund ernährt? Wie war es mit Alkohol- und Nikotinkonsum? Wie war dein Stresslevel? Und jetzt die wichtigste aller Fragen, wie hast du dich mental behandelt? Was hast du gesagt? Was hast du dir gedacht? Warst du immer nett und freundlich zu dir? Oder hast du dich beziehungsweise hat er dein innerer Kritiker fertig gemacht? Hat er dich runtergemacht und bist du dann immer wieder in Selbstmitleid dahingeschmolzen? Vielleicht hast du auch die Angst davor, genauso wie die Mitzitant und drei Generationen vorher, auch zu erkranken. Und vielleicht hast du dann noch gesagt, wenn ich rausgehe und es ist ein bisschen kühl, dann werde ich immer krank, weil mein Immunsystem ist auch nicht so gut und ich werde halt leicht krank. Also hast du dir die ganze Zeit negative Gedanken gemacht? Also ein negatives Mindset? Oder wie man im Fachjargon mit Gänsefüßchen sagt, Mindfuck? Ja genau, das ist Mindfuck. Und genau der macht dich krank oder trägt wesentlich dazu bei. Wenn wir die Macht der Gedanken entschlüsseln und unser Glaubenssystem, dann geht die Post ab. Aber dazu kommen wir in einer der nächsten Folgen. Also kurzum, deine Gedanken bestimmen deine Realität und wer wäre denn verantwortlich für deine Gedanken außer du selbst? Na klar, gibt es eine Begründung, weshalb es so ist und warum es so ist, wie es ist. Aber da jetzt in die Tiefe zu gehen, würde den Rahmen dieser heutigen Folge springen. Mentale Gesundheit ist das A und O und das beweisen auch die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Wichtig ist allerdings die Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung. Schuldig macht man sie dann, wenn man eine bewusste Handlung setzt, um ein negatives Eigeniss herbeizuführen. Also wenn man wirklich mit Vorsatz handelt, dann hat man sie schuldig gemacht. Verantwortung geht weit darüber hinaus, denn auch die sollte man in so einer Situation übernehmen und die Konsequenzen dafür tragen. Selbstverantwortung heißt, aktiv nach Lösungen zu suchen, um in Zukunft bessere Ergebnisse zu erzielen. Zusammenfassend kann man sagen, wenn etwas nicht läuft, schieben wir oft aus reinem Selbstschutz gerne die Verantwortung ab. Und das ist ein sehr gefährliches Spiel. Denn merke, wem ich die Verantwortung gebe, dem gebe ich die Macht über mich. Noch mal langsam, lass den Satz auf dich wirken. Wem du die Verantwortung gibst, dem gibst du die Macht über dich. Und willst du das? Na wohl kaum. Denn der Umkehrschluss ist, wenn ich die Verantwortung übernehme, dann habe ich die Macht über mein Leben und meine Umstände und kann sie beeinflussen. Und das hört sich doch viel besser an. Also als ich das richtig verinnerlicht habe, also das war wirklich unglaublich vom Gefühl her und ich will dir jetzt auch die Chance geben, das ein bisschen zu verinnerlichen. Und deswegen würde ich dir jetzt bitten, schließe einfach einmal deine Augen. Also wenn du mit dem Auto fährst, bitte mach das jetzt keinesfalls mit, dann schließe bitte nicht die Augen. Also wenn du nicht mit dem Auto fährst, dann schließe deine Augen, atme tief ein, und langsam wieder aus. Wiederhol das dreimal. Tief einatmen und wieder ausatmen. Noch einmal einatmen und wieder ausatmen. Und dann stell dir vor, ich übernehme ab sofort die volle Verantwortung für meine Situation. In jedem Lebensbereich, sei es beruflich, in meiner Beziehung, zu meinem Körper, für meine Gedanken und für mein gesamtes Sein. Denn meine Gedanken prägen meine Zukunft. Und mit dem heutigen Tag hole mir jetzt sofort die Macht zurück, um mein Leben so zu gestalten, wie es für mich richtig ist. Atme noch einmal tief ein, dann wieder aus und spüre, wie diese positive Energie deinen ganzen Körper durchströmt. Jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Ich gratuliere dir zu diesem wichtigen Schritt, zu diesem ersten Schritt, der wirklich die Tür sehr, sehr weit aufstößt. Wenn du dir ab dem heutigen Tag, ab jetzt die Verantwortung und somit die Macht zurückgeholt hast, dann hast du wirklich den ersten und wichtigsten Schritt für dein persönliches Wachstum getan. Und ich freue mich wirklich unglaublich für dich, weil dann werden zukünftige Erfolge in deinem Leben nicht weit sein. Ich freue mich wirklich, dass du diesen Schritt heute gemacht hast. Wir kommen jetzt schon zum Ende dieser Folge. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Eines noch, es wäre wirklich sehr, sehr nett, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen würdest. Und wenn dir mein Podcast gefällt oder die Folge dir gut gefallen hat, dann wäre es richtig, richtig schön, wenn du ihn teilen würdest. Habe einen schönen Tag, mein Held oder meine Heldin. Bis bald.